Ich stand auf Liquid und dann flog uns ein Baby entgegen. Hey Liquid und ich sind safe. Jumi steht auf Liquid. Ich stand auf ihm drin. Ja, Jumi stand auf mir. Ja. Einen Wunderfunk dazu einer neuen Runde TTT Blitz. Mit dabei sind Nils, Dalu, Shiro, Liquid, Jumi, Navu und Gran. Hallo. Servus. Hallo. Hallo Kinder. Das ist eine wundervolle Map. Ganz viele Stühle. Bis später. Ciaoiii. Moment mal. Kann man das hier lesen? Das kann man lesen. Shopping Queens. Ich will was zu essen. Was gibt's hier? Burger. Hey. Burger. Hamburger. Hamburger. Wenn wir da Juli Burger bestellen. Hamburger? Hier hinten wurde jemand getötet. Dass die Himmelsrichtungen hier farbcodiert sind. Das heißt, wer im blauen Bereich ist, muss immer sagen, er ist im Norden. Nächstes ist in dein Eintrag genehm. Da darf sie nicht rein. Woher soll man sich das denn... Es ist Dalu. Dalu Deadwinger. Wo? Wo? Ja im Norden. Im Norden. Im Norden. Im Blau. Dalu ist blau. Dalu ist blau. Dalu ist blau. Ja Kunran ist es, der schießt auf mich. Dalu ist blau. Und Dalu bleibt tot. Und ich hab ihn getötet. Also ich hab ihn getötet, ich bin safe. Kondrat ist es. Kondrain... Lass mich rein, ich nehm mich auf. Ist eigentlich der Grantham gefallen? Lass mich rein, ich nehm mich auf. Ja, hier bei der Battle is only xxx... Video. Und ich hab seine Lemonade. Oh cool, das hat ja in Cave Johnson Zitat. Sogar mehrere. Wer schießen wir? Du hast doch... Nee, der kam von rechts. Ich hab eine Zone. Ihr habt doch die... Sagt doch einfach die Himmelsrichtung. Ja, Gabe, er wurde von Gabe erschossen. Hab ihn, glaub ich. Dann wär das Spiel vorbei. Ja, dann kommt er wieder. Was denn? Das ist doch Kondran. Bin ich auch einfach Inno. Ach, war Kondran? Hä? Kondran ist nicht Inno. Bin Inno oder ist tot. Das ist merkwürdig. Kondran is it. Mir ist Kondran tot. Das war... So, da war Dead Ringer, Dead Ringer, Dead Ringer. Ich wollte gerade sagen, es kann ein Dead Ringer sein. Jetzt kommt er wieder. Oder bugt der wieder. Habt ihr einen Innocenten erschossen? Ja, eben, deswegen ja. Dann holen wir mal den echten jetzt, ne? Den nicht ganz so Innocenten. Und nicht ganz so Innocenten, ne? Mhm. Ich bin der letzte oder was? Nö. Nee. Gut, gut. Das war ganz gut. Oh ja. Bist du, der letzte ist's gut? Okay, das ist jetzt alles ich. Alter. Stimmt, verstehen. Geht der nicht. Wow. Kommt er wieder? Ne, ich glaube nicht, dass Liquid wieder kommt. Achso. Also es würde mich sehr wundern. Oder schrocken hier. Also unten bei Gelb. Was? Bei Gelb? Mach da so'n Zug? Wer geht denn da auf deinem Mikro spazieren, ey? Oh, Julien. Dem geht's. Der hat's wieder auf Kami so... Ich leb dich nicht EINMAL wieder, ey! Hier. Jetzt, du... Was ist das denn? Damit hat er sogar den Kill geholt. Was war das? Was guckt man denn auf Wikipedia, Alter? Was ist das? Über den Hitler-Ludendorf kurz gelesen. Das war Lucky. Ich wollt grad sagen, du hast nicht mal gemerkt, dass Kuntran hinter dem war, oder? Ja, nachdem ich's geworfen hab, hab ich gemerkt. Ja, eben. Ich mein, zum Zeitpunkt des Wurfes noch nicht. Hey! Der Waffe mehr. Ja, eben. Nils aus Frust, ey. Und auf einmal Kuntran steht hier weg dahinter, ey. Du musst auch sagen, wenn ich wieder belebt werde. Das ist doch ein alter Hut. Einfach mal nicht auf Kai gehen. Die Runde ist noch nicht vorbei. Kannst du es auch mal genießen, wie wir spielen. Genau. Dann guckt er sich die Videos nachher. Aber ich wollte ja sowieso erst Grenz wieder beleben. Schade, er hätte ja zeigen können. Ich kann nur durch Second Chance. Bei mir klingelt... Ach so. Was Second Hand? Klingelt bei dir? Klingelt bei mir gar nicht. Hier ist ein N64 mit Golden Eye. Ausgedeppt. Oh, mein Gott. Hallo, Greens. Greens, was versteckst du dich da? Ich wollte nicht gesehen werden. Grenzwertig. Was bestellen wir denn? Das laden eigentlich nochmal. East Side, oder? Äh, der ist... Gelb. Oh, Katana. Ja, East Side. East Side. East to the West. Yo, yo, yo. Ich hab mich reden lassen, das ist eigentlich kein gutes Zeichen für mich. Die Apple-Geräte müssen... Ja. Au. Das wäre doch auch irgendwie unehrenhaft. Ja, aber der einzige Grund, warum ich ja überleben könnte, ist, wenn ich selber Traitor bin und nicht Angst haben muss, erschossen werden. So wie der hier, der in dem Klo geshoppt hat. Die Fresse. Lecker, da kann man ja auch was kaufen. Hier gibt's ein Klo. Alter, was ist das für Inception hier? Auf'n Frauen-Klo. Auch noch auf'n Frauen-Klo. Ich glaub's ja nicht. Ich spiele hier Portal. Portal. Ja. Also ich bin richtig ausgestattet, Grants. Willst du was abhalten? Stell ich da mal drauf, da hattest du wie Portal. Bloody Knife, Boomerang oder Lemonade? Wer shoppt hier in der Kinderabteilung? Okay, Grants hat das gesagt. Seht der Befehl. Was? Hilfe! Der Kinderabteilung von Lemonade. Der Kinderabteilung von Lemonade. Der Kinderabteilung von Lemonade. Der Kinderabteilung von Lemonade. Ich kann da nichts für... Okay. Das ist aber schlecht. Ich glaub, ich glaub, Erschigos glaub ich irgendwas Pakete holen oder nehmen? Kann das sein? Erschigo? Ja, Erschigos Afghan. Okay. Uli. Kondran. Kann's doch nicht sein, weil es von den Lemonade geschmissen ist. Obwohl... Ja. Stimmt. Dann ist er safe. Alter Vater. Oida. Ey, hier gibt's Marus Tastatur. Komm mal, komm mal her, Grants. Ich bin noch hinter dir. So sieht's aus wie ein normales Portal und wenn du dich stuckst, dann kackst du komplett ab. Was? Oh, schön. Wie konnte da eigentlich runtergeschossen werden? Screenception, ha? Der andere, der hier, der ist auch Gants, den hab ich runtergeholt, aber... Leider hab ich den schon gedreht. Gleich fließt hier Blut. Ja. Weil ich auf die Xbox schieß. Ah, hier ist ein N64 mit Golden 1 07. Oh, Indiziert. Die Apple, weg damit. Was haben wir hier? Metal Slug? Metal Slug. Come on, es muss Maru oder Kondran sein. PSP, IDS, alles gut. Was machst du, Fischer? Dein Blitz, Grants, Kondran. Alles. Ich bin Dete, das... Also, Kondran. Wo ist Kondran? Kondran, Kondran. Kondran, Kondran. Kondran, Kondran. Kondran, Kondran. Da hinten. Grants ist hier. Grants ist Dete. Jetzt schieß auf Kondran. Und serve. Liquid frei zum Abschluss. Wo ist eigentlich Shigo? Hier bin ich wieder. Okay. Hallo. Dürfen wir wirklich? Nein, Kondran dachte ich. Warum? Ich will das nur wissen. Kondran war doch geblitzt. Ich froh, dass du Dete bist. Du hast mich schon das zweite Mal angeschossen. Komm her. Du bist das ja auch. Da. Revenge. Habt ihr Kondran immer noch nicht? Nein, ich habe vorhin gesehen, wie er respawned. Was ist da passiert, Grants? Wer hat hier Liquid gemurdert? Wer war das? Hä? Ich glaube Kunran. Warst du das, Juli? Nein. Juli oder Kunran war das. Nein, ich war es nicht. Doch, ich glaube... Halt's Maul. Eieiei. 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 Eiei. Eiei mal. Toll, wo kam der Liquid das eine mal her? Der ist vorweg gespawnt. Juli, du musst es dann sein. Nein, bin ich nicht. Aber du hast kein Zimmergang in der Hand. Nein, hatte ich auch nicht. Da unten ist sie. In Süd. Süd unten? Ja. Okay. Alter, überlegen. Du startet ihren Motor. Du startet den Motor. Chino versteckt sich in der... Oh, war das noch eine Plasma? Danke fürs Töten. Ey, ich hab überlebt. Ich hab dich getötet. Herr Liquid, wo kamst du denn das eine mal her? Wenn du hier im Sekundenschlaf die Augen kurz zumachst und wieder auf, dann bin ich schon irgendwie hingeportet, dann bin ich dafür dahin gelaufen. Ich hab ja keine Ahnung, was du gemeint hast. Ja, das muss ich mir nochmal angucken. Ich bin die ganze Zeit ganz normal durch die Gegend gelaufen. Ich stand im Waffenshop und auf einmal bist du so vor mir aufgeflogen. Zu viel auf diesem Portal Bildschirm gestanden, glaub ich. Ja, wahrscheinlich. Oh, Leute. Das fängt auf einmal an, so felsenfest zu behaupten, ich wär's nicht so, hä? Was ist denn jetzt los mit dem? Oh mein Gott. Die Lemonade wurde auf Befehl des Detectives geschmissen. Ach, okay. Der Detektiv hat diese Runde leider nicht... Detektiv! Das war mega von mir dabei. Ach so. Aber das war halt so geil. Du kommst da gerade mal aus der Kamera raus. Ich bin voll aufgeladen jetzt. Oh, ich wurde angeschossen. Oh, ich wurde angeschossen. Mal wieder. Der Wellrot. Keine Ahnung. Ich hab noch 79. Der Wellrot. Ich wurde sogar random angeschossen. Hahaha. Als ob. Oh, du Sauser. Ich wusste es, Conrad. Ich wusste es. Oh Mann. Ist doch schön, dass ich dich nicht enttäuscht habe. Ich hab noch überlegt. So scheiße. Oh, guck mal. Guck dir das an. Verschickt hier. Guck dir das an. Verschickt hier. Okay, ich töte den. Ja, mach mal Fisk. Sag, wenn du erfolgreich warst. Ja. Ja, hier gibt's nichts. Irgendwann nicht. Den Bonk. Kein gutes Einkaufshaus. Bonk? Fischen Bonk. Was hat der... Wie heißt der nochmal getan? Was? Fisk Griffin? Wie? Fisk Griffin? Chris heißt er. Chris. Willst du nicht doch lieber weglaufen? Lass du den schon in deiner Hand. Au. Besser als ne Combo. Warte mal, hier ist doch der Waffenladen. Gibt's da nicht noch ne Pistole? Bestimmt. Kauf dir doch eine. Duel Beretta. Der Duel. Gibt leider keine Pistolen im Shop. Kunran, weißt du mal Bescheid. Gibt's überhaupt noch die Duel im Shop zugegeben? Mhm. Ja. Biste. Oh. Kauf dir immer. Werde beobachtet. Ich kauf dir immer. Und Golden D. Golden D. Ging lang nicht mehr herum. 400 Folgen oder so. Mindestens. Kann ich auf Liquid drauf springen? Von wem? Liquid! Du bist fast gestorben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Maru, Maru. In nem... Das stimmt gar nicht. Hinter dir, Julie, war das. Gut. Hier links drin. Wir haben Spiegel. Maru ist tot. Der geht hoch. Ey, der geht hoch! Oh, okay. Sorry. Sorry, Kunran. Ja, ich... Julie hat geschossen. Dann hat sie sich entschuldigt. Ja, ich muss mich hier wehren. Es ist gut. Julie war nicht dabei. Kunran, du hast aber gerade beide angeschossen. Ich sah... Ich stand auf Liquid und dann flog uns ein Baby entgegen. Hey, Liquid, du nicht sind safe. Julie steht auf Liquid? Julie. Ich stand auf ihm drauf. Julie stand auf mir. Ja. Also bin ich auch inno und safe. Leute, okay, es ist Kunran. Er hat Liquid gekillt. Er hat auch Liquid gekillt. Okay, es ist Grant. Du hast... Was? Hä? Jetzt hast du denn einfach Liquid abgeschossen, Kunran? Also bist du's, Julie? Nee. Ja, wenn du schon so sagst. Nein, bin's nicht. Ich hab grad mit auf Kunran geschossen. Okay, glaube ich dir nicht. Okay, glaub ich dir nicht. Ich hab mit dem Boomerang. Geh! Geh! Mann! Wartest du mit der Letzte? Ach, Mann. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Ah. Verarscht. Herr, warte mal, wer hat Liquid jetzt einfach? Der war halt Wild. Fett. Der hat Ecoccien Fett. Hätte ihnen doch klar sein müssen, dass da ihnen eine Explosion kamen. Der Fett war das... Er hat nur, du hast ihn getötet. Der Lava hat einfach nur, du hast ihn getötet. Nee, er hat aber nicht. Der war mal, mein Lava-Backe. Der war nur safe, so wie ich. Ja, man sagt zwar nicht. Der war nur safe, so wie ich. Der war nur safe, so wie ich. Eheh, eheh, eheh. Ehh, was? Jemand Zigaretten? Kann jemand Zigaretten kaufen? Nein, die schrinken. Ich muss wieder schummeln. Ich bin Dete. Cheetah. Keine roten. Ey, keine roten Runden, Leute. Kannst du nicht so ein Rollstherr kaufen? Alle bloß hier. Die Roll schaffen sie. Soviel ich Dete werde, sind keine blauen. Das sind doch blaue, ja. Dein Karma möchte dich als Dete sehen. Deal with it. Die mittlere Reihe von den fünf Reihen hier links ist doch blau. Hä? Die ist schwarz. Das ist blau. Nech. Diese wunderbaren Klamotchen hier. Geil. Neben blau ist ein Fünkchen schwarz. Oh, die Filmplakate hier sind aber cool. Au. Wird aber auch massiv gegen Urheberrechte verstoßen, glaube ich. Dann dürfen wir sie nicht filmen. Das ist doch Werbung über sich freuen. So. Ist doch eh alles so verpixelt. Kennst du das hier? Hallöchen. Wir sehen so ähnlich aus. Guck mal hier, Juli. Freunde, neue Freunde. Wir müssten als Traitor-Items und die ist von Overwatch ab. Oh, genau. Hey, Freak. Ja. Hey, Freak. Dann bräuchtest du ja einfach nur etwas, was Line of Sight berechnet und 170 Schaden pro Sekunde. Okay, sagen wir mal 70 Schaden pro Sekunde auflädt. High Noon-Item wäre schon ziemlich geil. Der Drache wird, glaube ich, ein bisschen. Au, ja, Drache. Der High Noon geht. Kann jetzt bitte mal ein Traitor was machen? Go, Traitors. Go. Ich finde, glaube ich, eher das von Junk wäre cool, wenn er so eine Bombe durchkriegen würde. Alter, das sieht so verstörend aus, wenn Fisk mit dem fetten Error vom Fokke hinterher rennt. Der Wallhack wäre allgemein aber nicht schlecht. Das stimmt. Was nimmt Fisk immer für illegale Sachen? Oh. Kann jetzt ein Trader mal was tun? Ein Trader mal was tun? Ich kann nichts tun. Also ich würde sagen, es ist Maru und Liquid. Ja, nee, Maru und Kondran. Kondran eigentlich, ne? Kondran lässt sich zahlt. Ich habe gerade überlegt, ob ich blitze. Aber im Hauptplan nicht. Wir haben heute noch gar nicht geblitzt. Okay, Maru! Maru! Und wer hat auf Shiro geschossen heute? Oh, die Fässer. Das war nix. Bei Juli hier. Pass auf Juli, pass auf Juli. Ja, 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 ja. Wer ist der andere? Ja, der andere. Fisk! Fisk! Mach! Nur der Detective. Wo ist er? Oh Gott! Lauf! Alter! Die sind Leichen. Die sind Leichen. Das muss bis zu sein. Leichen everywhere. Ich bin am Feld gestorben und bin wieder belebt worden. Und Maru? Was ist mit dem? Maru lebt weiter. Der Liquid hat auf mich geschossen. Der ist da die Treppe unten. Der Rolltreppe runter. Echt? Maru und Liquid. Wer hat so das gekauft? Ich. Ja, du. Der hat sowas von dauernd. Dann ist Maru wieder da. Ja, ja, Maru lebt schon wieder. Und Liquid ist auch wieder da. Natürlich. Back. Hinter mir oben! Ah! Oh, sorry. War doch nie weg gewesen. Maru! Diese Second Chance luck ist einfach nicht mehr. Ja, ist der Hammer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!